So, einer, der schon Geschichte geschrieben hat bei den Jump Masters. Der längste Sieger im BW Hallenbank-Championer. 2019 geboren er. Hier ist Silver Credit aus Schwedig-Grün. Hier ist Marian Müller. Okay, das will ich jetzt sehen. Er erübt schon mal die Halteposition. Da kommt er wieder gut raus, schlau. So, ich gehe mal aus dem Weg. Marian, Start ist frei. Auf geht's. Auch, halten wir noch mal einen Wechsel. Und auf den Weg zu 1 geht es los. Stuttgart für Marian. Goldüber 2. Jetzt hier über den Fernsehturm. Sehr gut. Eine der wichtigen Wendungen hier nach 3. Auf 4. Denk dran, Marian. Alles, was du langsam bereitest, musst du gleich rauslaufen. Der hat extra beim Schützenfest neulich noch geübt, beim Schießen, hat er gesagt. Und jetzt 7a. 7b. Stuttgart, ihr macht euch schon mal bereit. Da war alles gut. Und leichte Parade. Auf geht's für Marian. Auch mit einem großen Satz. Und Treffer, 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 Treffer. Also da besorgen wir nachher noch meinen großen Teddybären für diese Schießleistung. So, und auf geht's. Stuttgart für Meier. Durch 9. 10. Hier einhändig, einhändig. Guckt euch das an. So. Und. Hier hält er sich fest. Kommt. Und die letzte Tour zur 3. 10. Stuttgart hält ihn. Und eine Feuerbremse. Ja, das ist ein wahrer Sportler. Der guckt erstmal auf die Uhr. 98,82. Der wird nochmal abgeklatscht. Der immer noch am Tierenmüll. WB-Bank Hallen-Champion. Marian. So, viel Testosteron, das wir erlebt haben. Zwei Männer. Hier unser Führer da. Den begleiten wir nochmal mit dem großen Ablass hinaus. Maria Müller. Ja. Ja, wie eben schon gesagt, wir haben natürlich ein kleines Probeschießen gemacht. Also die durften das schon mal testen. 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 Bis zum nächsten Mal.